Musik Mann, du bist jetzt im Video, könntest du dich nicht erinnern Hä? Ich mach das Video Ich versteh kein Wort gerade Ich mach Video So meine Freunde, ich bin Siloio Willkommen bei Watch the Geekmen Und herzlich willkommen zu In Your Face Nummer 3 Ja, ein dritter Versuch muss her Ein dritter Versuch muss her Carrier Ortgeheim, meine Freunde Ich dachte mir so Ich mach jetzt einfach nochmal eins Zum späten Abend In Your Face Nummer 3 Auf dem Flugzeugsträger Aber heute, dafür Mit der Ballista, Lasermarkier, Plästigprozess, Leichtgewicht, Flinke, Hände, Wandheit, Extremmüllung, Kopfachs, Handgranate Und so weiter und so fort Und Coco, meine Freunde, Coco Lassst du mal gucken Mh, da muss der inner Sinn Erstmal Handgranate hinpacken Da ist der ja Der Tod ist er Ja, das Lachen, ich weine Oh nein Ich hab die ganze Zeit versucht, mich zu verkneifen, aber zu Na, der Meiner hört die nämlich zu Ich muss erst mal die Leute suchen Nein, da geht ne S-Miller hoch Oh Ich mache weiter, ich versuch's mich ruhig zu ballen Ja, ok, passt Oh, hier ist ein Dingens drin Wo ist denn der? Hallo? Hallo, Headshot Ah, da Komm, Lauf hier Ne, das Oh Gott Oh nein Oh Gott Nein Wie TGH, Mann Das ist mein Sniper-Rival hier Das Arschloch Den hauen wir jetzt Oh Oh, ne Ne, ne Oh, Headmarker Och, Mensch Und der hat auch die scheiß Ballista Ich glaub's nicht Jetzt sind wir auch noch fast letzter, Freunde Wir müssen das hier noch reißen Ich hoffe doch, dass wir das hier schaffen Tommer Dahinter gefuckt Handgranate auch Also, nein Headmarker Ich glöb's nicht, Mann Ich raste hier aus noch Oh Oh, habt ihr das gesehen? Mit Sprengung Den Fall eh ins rein Jetzt ja acht hier Oh, da hinten Oh, der wird überall geschossen Oh, nein Debit hat mich Oh, der kommt hier aber gleich Der ist ja aber gleich Wo ist der, wo ist der? Komm, Luf Hör auf zu lachen Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn du lachst Hör auf Oh, ne Ne, hier ist noch einer Nein! Jetzt hör auf, ich muss den hier töten. Nein! Nein, der stirbt nicht! Jetzt ruhig mal noch... Oh, ist der da? Oh, RG-Catcher. Ich hab immer so'n Lacker dabei, der halt irgendwie... So'n Pech... So'n Pech... So'n Typen halt, der irgendwo in der Ecke rumgammelt. Nein! Oh... Nee! 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 Nein, ach Mensch, es sind zwei Sniper auf dieser Scheiß-Mammer. Ich krieg's nicht gebacken. Tomahawk dahinter. Oh, 5 zu 9, ey, das kannst du doch keinem... Kannst doch keinem anbieten, Headshot! In your face, komm, stirbt da! Ja, hab's schon auch. Och, Scheiße, hätt mich fast in die Ecke geknickt. Oh meinner... Oh Gott, Glück gehabt, wir können... Oh ja, und noch einen. Jetzt erstmal nachladen hier, ganz in Ruhe im Haupt-Zentralraum. Oh Gott! Nein! Ich wär' übelst... Ey, das ist so ein Wichser! Holt der echte Kap raus, hä? Erst snipen und dann Kap rausholen. Ich glaub's nicht. Aber jetzt sind wir da ein bisschen dran hier vorhin, ne? Jetzt müssen wir uns ein bisschen zusammenreißen. Oh, hab ich einen Anno-Solder, ja! Der Kap-Assi! Der mich gerade weggeklatscht hat. Der blöd Föhn! Oh Gott, hinlegen! Oh Gott, oh Gott! Oh, der liegt ja beim Turnkappenbomber und turnt sich dort! Oh Gott! Oh! RG-Catcher! Oh! Hitmarker! Oh Gott! Oh ne, und von hinten, Chaotix! Das... Oh ja, und überall Rauchbomben! Als ob's äbsel behindert sind! Ist der tot? Oh, der... Da ist... Da steht... Oh, ich hab'n RG-Catcher! In your face, meine Freunde! Als sind wir vier da? Geil, komm, wir schaffen das noch, ja! Mindestens auf dem zweiten! Das wollen wir noch kriegen, ja! Oh! Es-Mine-C4 war das! Ja, wie er's weiß, wo ich bin! Der hackt doch! Das Schwein! Oh, ne! Ja, hab' ich das gegeben ganz hart mit nem Messer! Ja! Oh, ich hab'n noch gekriegt in your face, meine Freunde! Oh Gott! Oh Gott! Ich hab'n nicht mehr gesehen! RG-Catcher schon wieder! Vierter! Gib' dir mal'n Grund zum Schlögen, meine! Ja! Oh! 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 Der Meino immer halben Porno am drehen beim Kommentar mit! Oh! 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 Nein! Ich kriege nur 1 Minute! Hab' ich dich, ey! ITG Herrschmann! Meiner! Ich bin... Ich bin... Das kann nicht wahr sein, ey! Ach! Es ist zum Kotzen! Den hab' ich... Den hab' ich auch! Zwei hintereinander! Komm! Ja, sehr gut! Jetzt sind wir dritter, meiner! Ich krieg's noch hin! Komm! Wo sind sie hier? Die Kollegen, hä? Von die... Wo ist'n der hier? Nein! Oh Gott! Ich steppe! Von hinten! Ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren! Ich muss jetzt ein bisschen ruhiger spielen! Da ist er! Oh! Der holt ja mich wieder weg! Der ist auch noch vor mir, das Dreckschwein! Oh! 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 Ich will das jetzt hier noch gebacken kriegen! Oh! 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 Wie ist das hier am besten? Ich jammer hier übels rum! Der war überhaupt n... Überhaupt nicht! Na ja, Quatsch! Jetzt wirst'n dauernd haben! Du Arschloch hier! Da hinten is noch einer! Komm 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 komm! Ach Scheiße! Komm! Wo sind sie hier? Oh! Die hätt'sch fast gehabt! Ne! Okay, Execution rausgeholt, ist klar. ITG Hermann. Ich bin anscheinend der Insta, der hier nur mit Snap gespielt hat. Wo ist denn der jetzt? Wo steht der da im Dreck? Oh Hermann, hab ich ihn. Komm, wo ist der Nächste hier? Ja. Ganz klar. Oh, ich hab gerade gemerkt, dass mein Dingens abgepackt ist. Mein Dx-Tory. Hä? Ja. Oh, nee. Oh, Schappen. Noch zwei Abschüsse braucht der. Oh, super, ey. Jetzt gewinnt der das Arschloch. Oh, nee. Du Noob. 21,29. Was musst du entspielen? Ein Sniper. Ich hab in your face gemacht. Das ist doch... Och, okay, dafür, dass ich dich abgelenkt habe. Ja, ne? Voll. So. Rinn gehauen. Blähläh! Rinn gehauen. Rinn gehauen. Rinn gehauen. Rinn gehauen. Rinn gehauen.